Die Preußen-Highlights werden präsentiert vom Gutenbecker Krimphove. Ein guter Tag beginnt mit K. Im Nachschuss allerdings auch dieser direkt auf Schulze-News gespielt. Er bedankt sich. Passt an. Jetzt neunte Spielminute. Aussichtsreicher Angriff jetzt für den SCB. Jan Dahlke am Ball mit dem Torschuss allerdings auf den Kiefer-Zahler. Er muss sich nur noch drauf werfen. Beides gesichert. 0 zu 0. Jetzt elfte Spielminute. Nicht minder spannend hier. Teklapp links aus. Versucht es. Versucht es. Kriegt den Winkel allerdings nicht getroffen. Links am Tor vorbei. Jetzt 21. Spielminute. Varona da mit dem langen Ball. Andi Langde und Teklapp mit dem Nachschuss. Rechts vorbei. Sollte wohl nicht sein. Wäre ein super Tor gewesen. Für den SCB. Doch auch jetzt. Wolffi mit der Vorlage. Und Dahlke da mit dem Abschluss. Den er in der neunten Minute nicht haben konnte. 1 zu 0 in der 27. Spielminute. Für den SCB. Jetzt ein aussichtsreicher Angriff für Schalke. 0 zu 4. Lukas Fenker da im Ballversorg. Platziert den Ball drüber. Er platziert ihn drüber. Ex-Preuze. Hat den Torschuss. Nicht hinbekommen. So jetzt Teklapp. Pass an Rehmberg. Der muss sich nur noch drehen. Und platziert den Ball unten rechts. Tor! In der neunten nächsten Spielminute. 2 zu 0 für den SCB. Jetzt siebensitzende Spielminute. 2 zu 0. Bindemann versucht es immer allein. Gang. Schießt mit. Links und platziert den rechts. Abgefälscht von Zardach. Zur Ecke. sah fast so aus wie das erste Tor. Oder der erste Torschuss. Was nicht so aussah, ist aber allerdings jetzt diese Situation. Dieters mit dem Ball an Bindemann. Der kriegt jetzt ein Tor. Der kriegt jetzt ein Tor. Sauber vorgelegt von Dieters in der 77 Spielminute. Das 3 zu 0 für den SCB. Und auch hier ein aussichtsreicher Angriff. Schalke mit der Vorlage für Olpi. Der konnte den Nachschuss nicht setzen. Die Preußen-Highlights werden präsentiert vom Gutenbecker Krimphove. Ein guter Tag beginnt mit K.